Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu mal wieder einer Runde Python. Heute wollen wir uns ansehen, wie man PyInstaller verwendet. PyInstaller ist ein super nützliches Tool, mit dem ihr eure Python-Skripte in ausführbare Dateien, also zum Beispiel .exe-Dateien, umwandeln könnt. Und ja, das ist natürlich super hilfreich, wenn ihr, sagen wir mal, irgendwie ein Programm schreibt und das aber Leuten geben wollt, die eigentlich keine Ahnung von Python haben und es auf keinen Fall installiert haben. PyInstaller macht dann so ziemlich alles für euch. Es kompiliert eure Datei, also es kompiliert euren Python-Code in eine ausführbare Datei, also auf Windows zum Beispiel in eine .exe-Datei und die könnt ihr dann einfach jemand anders geben und der kann die ganz gewöhnlich ausführen. Und das ist natürlich super, super praktisch. Natürlich auch, wenn ihr irgendwie einfach unkompliziert das Ganze distributen wollt, sozusagen, also verteilen wollt an anderen. So, damit wir wissen, wie das Ganze funktioniert, ist eigentlich wirklich super einfach. Machen wir hier erstmal ein neues Dokument, ein neues Python-Dokument und nennen das Ganze test.py. Und hier machen wir jetzt wirklich nichts Besonderes rein. Ich mache jetzt einfach wirklich nur ein Hello World rein. Mit Bibliotheken kommt PyInstaller übrigens auch wunderbar klar. Die werden einfach direkt mitkompiliert. Das heißt aber, ihr werdet jede Bibliothek komplett nachher in eurer ausführbaren Datei beziehungsweise in den Libraries wiederfinden. Das heißt, wenn ihr irgendwie was ganz Ausgefallenes wie, keine Ahnung, NumPy oder sonst irgendwas einbindet, dann wird das auch wirklich mitkompiliert und liegt danach in diesem Ordner drin. Das heißt, das kann schon recht groß werden, denkt da immer da dran. Aber, ja, in den meisten Fällen ist man da auch sehr, sehr dankbar darüber. Okay, als nächstes, also da ist jetzt wirklich ganz normales Python-Skript. Ich zeige es euch wirklich sehr, sehr basic. Hier test.py ausführen. Hello World wird ausgegeben. Wirklich super einfach. So, nächster Schritt ist natürlich, wir brauchen PyInstaller. Und jetzt muss ich eine Kleinigkeit loswerden. Normalerweise installiert man das Ganze über pip. Also, sudo pip install pyinstaller. Ups, installer. Und ja, dann habt ihr natürlich hier ganz normal, wie ihr immer was über pip installiert, ist natürlich bei mir schon gemacht. Und ja, was jetzt im Endeffekt wichtig ist, ist, wenn ihr das Ganze für Linux-Rechner rausbringen wollt, dann müsst ihr diese Test.py auch auf Linux kompilieren. Das heißt, ihr müsst PyInstaller auf Linux ausführen. Dann kriegt ihr eine ausführbare Datei für Linux. Wenn ihr das Ganze für Windows haben wollt, sprich ihr wollt eine .exe-Datei, dann müsst ihr PyInstaller unter Windows verwenden. Wenn ihr eine ausführbare Datei für Mac haben wollt, müsst ihr das Ganze unter Mac verwenden. Es funktioniert alles wunderbar, aber ihr braucht ein System, auf dem es dann später auch laufen soll. Das heißt, wenn ihr es auf Windows verteilen wollt, müsst ihr unter Windows das Ganze kompilieren. Sonst funktioniert es nicht. Okay, und jetzt ausführen ist eigentlich sehr, sehr einfach. Einfach hier eingeben, PyInstaller. Und dann das Programm, was ihr eben kompiliert haben wollt, also test.py in unserem Fall. Das dauert dann eine Weile. Hier wird erstmal was initialisiert und gelesen und analysiert und so weiter und so fort. Es werden mehrere Hooks geschrieben. Sieht ein bisschen komplex aus, müsst ihr euch nicht drum kümmern. Ist eigentlich relativ simpel. Und was ihr jetzt habt, ist natürlich immer noch euer Python-Skript, aber ihr habt auch einen Ordner DIST. Und unter DIST findet ihr dieses Test und das ist natürlich das, was ich hier auch hatte. Und wir sehen hier, ah, okay, hier haben wir einen Haufen .so's. Die So's, das sind die Libraries, also im Endeffekt DLL-Files unter Linux. Unter Windows werden es DLL-Files sein. Und die findet ihr hier alle, also irgendwie wurde auch MD5 oder Opcode oder sowas mit Compiled und Shade 512 und irgendwelche Sockets, SSL und so weiter. Einfach nur, um so ein simples Programm zu haben. Aber, was ich jetzt machen kann, ist, ich kann einfach das Ding ausführen. Ich muss kein Python theoretisch installiert haben, was natürlich unter Linux sowieso immer installiert ist. Aber ich kann das machen. Ich kann hier einfach .slash-Test eingeben. Unter Windows könnt ihr einfach die Echse ausführen. Also, Doppelklick wird hier auch funktionieren. Ich sehe dann nur nichts, weil ich natürlich keine Konsole habe, die mir das dann zeigt. Deswegen gerade so. Aber ja, das wäre dann die Variante, wie ihr das Ganze unter Linux kombiniert. Unter Windows, wie gesagt, exakt gleich. Nur, dann bekommt ihr eben hier eine .exe raus. Coole Sache, das Ganze. Sehr, sehr nützlich, vor allem für grafische Anwendungen natürlich. Wenn ihr irgendwie zum Beispiel PyQT verwendet, dann ist das vielleicht unter Windows nicht schon standardmäßig vorinstalliert. Genauso wie Python ist nicht vorinstalliert. Dann wäre das natürlich eine super Art und Weise, wie ihr euren Deployment-Prozess erleichtern könnt. Und ja, das ist eigentlich auch schon wieder alles. Es gibt einen Haufen Optionen für PyInstaller. Also, wenn ihr irgendwie mal was ganz Besonderes braucht, könnt ihr gerne mal hingehen und sagen PyInstaller-H. Dann bekommt ihr hier diese ganzen Optionen, die könnt ihr euch mal durchlesen. Ich habe die Erfahrung gemacht, man braucht sie normalerweise eigentlich nicht. Außer man macht ganz komische Sachen und selbst dann braucht man sie normalerweise nicht. Das heißt, PyInstaller ist wirklich sehr robust eigentlich das Ganze. Aber ihr habt hier eben auch noch ein paar Optionen. Also, solche Dinge hier sind vielleicht relativ interessant. Ihr könnt das nämlich auch als eine Datei kompilieren. Dann habt ihr es eben nicht als Ordner, also nicht einen Dist-Ordner hier mit sehr, sehr vielen .so. Sondern ihr habt nachher hier eben alles in einer Datei drin. Was für manche Anwendungen vielleicht auch mal hilfreich sein kann. Das ist dann natürlich immer euch überlassen, was ihr da machen wollt. Und ja, es gibt natürlich noch einen ganzen Haufen anderen Zeugs. Aber wie gesagt, ich finde, man braucht den eigentlich nicht. Deswegen zeige ich euch den jetzt auch nicht. Und ja, das war es von meiner Seite schon wieder. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.